Grüß euch alle miteinander zu Winningers Wirtshaus Weisheiten vor dem Heimspur am Montagabend gegen den Halleschen FC. Der André Meier ist seit 27.12. auf der Trainerbank bei die Hallenser und spielt seither gegen einen Ball mit Fünferkette. Das verschiebt sich wie üblich bei der Fünferkette im eigenen Ballbesitz zu einer Dreierkette, weil die beiden Außenverteidiger ins Mittelfeld aufrücken. Defensiv spielen die Hallenser wahnsinnig kompakt gegen den Ball. Mit den beiden super starken defensiven Mittelfeldspielern Löhmannsrüben und Titsch Rivero machen die das Zentrum vor der Dreierkette brutal dicht. Die beiden Außenverteidiger sind auch sehr stark im Defensiv-Zweikampf. Von daher wird es mal wieder eine ganz schöne Aufgabe, den Ball adäquat in die Box zu bringen, dass die Stürmer von Sechtgitter auch was damit anfangen können. Beim eigenen Offensivspiel läuft bei Halle im Prinzip alles über den Zehner. Das ist der Eberwein, der ist allerdings jetzt nicht so der Ballverteiler, eher der Vollstrecker. Die Vor- und Nachteile von dem 3-5-2 respektive 5-3-2 entnehmt bitte der Taktiktafel auf sechziger.de. Jetzt haben wir die Frage, wie kann man das Halle denn knacken? Dass Punkte gibt, wird sicher kein Selbstläufer, zumindest wenn es um drei Punkte geht. Die Mannschaft ist eingespielt, sind im 1 gegen 1 offensiv ziemlich stark. Sie gehen zwar nicht oft ins Dribbling oder in Lauf-Duelle, aber wenn, dann ist die Chance, dass am Ende erfolgreich ist, relativ hoch. Gegenball ist, wie gesagt, sehr, sehr kompakt. Wenn was gehen kann oder wenn was geht, dann über schnelles Kombinationsspiel, Steilpässe durch die Abwehrkette oder erfolgreiche Einzelaktionen, die dann zu einer Überzahl im Mittelfeld und im letzten Drittel führen. Das heißt, unsere Kreativposten, Neudecker, Deichmann, möglicherweise Biancardi, wenn er spielen darf, brauchen gute Ideen, um sich da durchzusetzen und die Stürmer dementsprechend einzusetzen. Damit wären wir bei den Schlüsselspielern vom Halleschen FC. Da haben wir im Tor den Tim Schreiber. Er ist ein guter Keeper. Ich denke einmal, dass dieses Bäumchen-Wechselspiel, das der Schnornberg vorher mit den Torhütern veranstaltet hat, etwas an dem Selbstvertrauen aller Keeper genagt hat. Jetzt ist allerdings seit der Meier da regiert, der Schreiber die klare Nummer 1. Und das dankt er seinem Trainer auch mit wirklich guten Leistungen. Die Stärken vom Schreiber liegen klar in der Strafraumbeherrschung und bei seinen unwahrscheinlich guten Reflexen. In der Innenverteidigung spielt der Kapitän Jonas Niedfeld. Der ist eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler. Seit der Saison ist er ein Mannschaftsteil weiter nach hinten gerückt. Das spielt er brutal gut. Auch in der Spieleröffnung, weil er ja eigentlich aus dem Mittelfeld kommt, ist er eine sehr, sehr gute Option. Der hat von hinten raus eine 77-prozentige Erfolgsquote bei Pässen nach vorn. Im defensiven Mittelfeld haben wir dann den Marcel Titsch-Rivero. Der ist eher der Box-to-Box-Spieler. Allerdings defensiv auch brutal stark. Kopfball stark, defensiv zweikampf stark. Sorgt mit seinen gut durchdachten Pässen oft für Raumgewinn. Ist auch dribbelstark. Von daher meiner Meinung nach generell einer der besten Sechser-Achter der Liga überhaupt. Und dann mit dem vor ihm normalerweise postierten Eberwein. Das Zusammenspiel funktioniert auch brillant. Gegen einen Ball hilft ihm der Löhmannsrüben, das Zentrum dicht zu halten. Wie gesagt, das ist ein gutes Pfund, was Halle da aufbietet auf den Sechser-Positionen. Da müssen sich die Mittelfeldspieler von den Löwen ganz schön strecken. Dann haben wir den Michael Eberwein, wie schon gesagt, der Zehner. Der pendelt zwischen offensivem Mittelfeld und der Sturmspitze als so eine Art Schattenstürmer. Nach dem Abgang von Beuth ist er jetzt der Topscorer bei Halle. Hat allerdings nur zwei Vorlagen und schon achtmal getroffen. Für einen offensiven Mittelfeldspieler ganz schön viel. Aber wie gesagt, er sieht sich eher als Vollstrecker als als Vorbereiter. Mit dem Abgang von Terrence Beuth ist jetzt nicht so ganz klar, wer da im Sturm die erste Geige spielt. Da gibt es jetzt einerseits den Julian Guttau, andererseits den Elias Huth. Der Guttau eher über den Flügel kommend. Huth gelernter Mittelstürmer. Hat auch schon zweimal getroffen jetzt in der Rückrunde. Davon allerdings einmal vom Elfmeterpunkt. Das heißt, mal schauen, wer von den beiden im Sturm in Zukunft bei Halle das tragende Glied wird. Der Elias Huth ist auf jeden Fall, wenn er den Ball in der Box bekommt, beim Abschluss sehr, sehr zielgenau. 58% von seine Schüsse gehen, wenn er den Ball hat, auch aufs Tor. Als Fazit gilt es zu sagen, dass die Hallenser ja jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen sind, nachdem sie am Anfang von der Saison ja relativ gut gestartet waren. Das neue System hat auf jeden Fall dazu geführt, dass die hinten brutal stabil stehen. Das heißt für die Sejska absolute Konzentration, vor allem im Offensivspiel. Aber unsere Herrschaften haben ja eh ein bisschen was gut zu machen. Da können es zeigen, dass sie es wirklich können. Es muss auf jeden Fall ein bisschen mehr Laufbereitschaft in der Offensive, in puncto ich laufe mich frei her und auf der anderen Seite darf man natürlich nie vergessen, es ist immer schwer, eine tiefstehende Mannschaft zu bespielen und vor allem erfolgreich zu bespielen. Wir müssen schauen, dass wir einfach die richtigen Ideen haben, die gute Flügelverteidigung, die Halle hat. Vielleicht kann man die knacken mit unseren guten Außenspielern. Ich kann nur sagen, toi toi toi, den Löwen. Hoffentlich seid ihr zahlreich im Stadion heute Abend. Montag ist ja nicht immer so der super Tag, aber was soll's. Bis zum nächsten Mal, pfiat's euch!